Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV mit Hollywood News. Heute am Dienstag hat Disney-Boss Bob Iger bestätigt, was wir alle längst vermutet haben, dass es einen zweiten Teil zu The Avengers geben wird. Das ist natürlich wenig verwunderlich. Der Film hat in seinen ersten anderthalb Wochen weltweit über 700 Millionen Dollar eingespielt. Und das Gute an der Nachricht ist, dass es jetzt offiziell ist, dass die Fortsetzung auch wirklich kommt. Disney hat natürlich noch ein paar andere Marvel-Produktionen im Ofen. Im Mai 2013 kommt Iron Man 3, im November 2013 Tor 2 und im April 2014 die Fortsetzung zu Captain America. Dann gibt es noch Nachrichten zu den etwas anderen Superhelden von Kick-Ass. Ihr fragt mich immer wieder, ob es da denn mal irgendwie etwas definitiv Neues gibt, was die Fortsetzung betrifft. Auch das gibt es seit heute. Universal ist in Gesprächen mit einem neuen, wenn auch etwas unerfahrenen Regisseur. Da Matthew Warren, der beim ersten Teil Regie geführt hat, nicht mehr zur Verfügung steht, der hat alle Hände voll mit der Fortsetzung zu X-Men erster Entscheidung zu tun. Universal möchte angeblich schon im August mit den Dreharbeiten beginnen. Das heißt, wir können mit Kick-Ass 2 im Sommer 2013 rechnen. Mehr Superhelden-Nachrichten kann ich euch an einem Tag nicht servieren. Lass mich bitte wissen, auf welchen dieser Filme du dich am meisten freust und wenn du magst, auch auf welchen du am ehesten verzichten könntest. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino für heute. Tschüss aus Rallyward.